Na nu, wieso blick ich denn da auf Hoher See? Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Männer, holt die Fangnetze, wird sie diesem Brocken jetzt an Wurst. Nach all den Jahren auf Hoher See hätte ich nie gedacht, dass ich es soweit schaffe. Nun stehe ich hier und habe eins der mythischsten Wesen des Meeres gefangen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Heute habe ich euch mal wieder eine etwas kleinere Größigkeit mitgebracht. Oder andersrum. Damit herzlich willkommen zurück zu Ich stelle euch heute mal wieder irgendein Messer vor. Beziehungsweise überhaupt kein Messer, sondern ein Balison Trainer. Und zwar keinen geringeren als einen von Squid Industries. Schauen wir uns aber vorher noch die Verpackung an. Ja, so sieht die aus. In einem schönen Rotton gehalten. Hier steht Squid Industries drauf, dann hier nochmal das Logo. Ich muss noch dazu sagen, ich habe das hier gebraucht gekauft. Das sieht man vielleicht auch an der Verpackung. Die hat schon so einiges mitgemacht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Und das hier ist jetzt das gute Stück. Es ist der Triton in der Silber Variante. Und ich muss sagen, es sieht sehr gut aus. Und flippen tut er auch gut. Jo, dann gucken wir uns mal kurz das Handle Play an. Jo, ist ein klein wenig vorhanden. Aber ich bin jetzt nicht einer, den das stört. Ist auf jeden Fall wieder ein sehr schön leichter Balison Trainer, wie ich finde. Und wir gucken uns das jetzt mal ganz kurz im Genauen an. Wir haben hier Alu-Handles im Channel Design. Hier unten haben wir dann nochmal den Aufdrucks, Squid Industries. Hier haben wir dann schwarz analysierte Schrauben. Und darüber haben wir zwei Zen-Pins, die in die Handles gepresst wurden. Finde ich persönlich sehr cool. Weil ich bin wirklich ein großer Fan von Zen-Pin Constructions. Einfach, weil wenn man das auseinander nimmt, lassen sich solche Pins viel leichter reinigen. Und außerdem hat man dann eine schöne glatte Klinge, ohne halt irgendwie einen Pin, wo man drumherum polieren muss oder sowas. Hier drin haben wir schöne Messing Washer verbaut. Und so sehen die Channels von innen aus. Also hier wurde halt einfach nur mit der Fräse sehr viel rausgenommen, damit halt die Klinge da drin Platz hat. Es gibt zwar jetzt hier auch schon wieder Clones davon, aber hier kann ich euch wirklich eher zum Original raten. Einerseits kosten die nicht unbedingt viel mehr. Die kosten nur so um die 100 Euro. Es gibt noch verschiedene Varianten von den Squid Industries Trainer. Das hier ist jetzt nur der Triton in der einfachen Silber-Variante. Der hat so um die 110 Dollar gekostet. Für so wenig Geld bekommt man dann halt auch schon wirklich nur einen guten Trainer. Ich weiß, ich habe jetzt eine etwas jüngere Community und nicht jeder hat so viel Geld momentan zur Hand. Aber wenn ihr wirklich einen guten Trainer haben wollt, dann kann ich euch zum Original raten. Falls ich eben später mal noch dazu komme, dann werde ich mir auch nochmal hier von den Klonhunden, werde das da mal vergleichen. Um zu gucken, wie das dann qualitativ alles so geregelt ist. Ich werde euch natürlich die Seite hier von in der Videobeschreibung verlinken und natürlich auch den Trainer selbst nochmal. Der einzige Nachteil ist halt bei diesem Verkäufer, das ist eigentlich fast immer ausverkaut. Was ich hier ein bisschen komisch finde, ist hier der runde Übergang bis hin zur flachen Ebene. Also hier wurde bestimmt selber nochmal ein bisschen dran rumgewerkt und hier unten ist halt alles glatt. Also ich persönlich habe jetzt hier eigentlich nichts auszusetzen am Design. Das hier ist jetzt wirklich einfach nur schlicht gehalten. Was mir persönlich richtig gut fällt, sind hier die blockartigen Handles. Also weil die so eine quadratische Form haben. Und da die nicht so rund sind, kann man auch sehr schöne Shoker-Fans und sowas damit machen. So, dann kommen wir einfach mal noch schnell zu den Daten von dem Trainer hier. Und zwar haben wir eine Klinge mit 300er 4 Stahl mit 10,5 cm Länge. Wir haben hier schöne rohe Alu-Händels aus einem Stück mit ungefähr 14 cm Länge. Haben insgesamt eine Länge von 24,5 cm mit einem Gewicht von so um die 130 Gramm. So, ich persönlich finde, das hier ist ein sehr guter Flipper. Wie ihr seht, habe ich hier gerade auch meinen Spaß damit. Ich bin hier gerade für dieses Video extra normal an den Teich gegangen. Ein bisschen an die frische Luft, tut immer gut. Und ja, da haut es mir auch schon wieder ab. Dies hier wird dann mein neuer Bieter werden. Ja, also ich hatte ja jetzt hier eine ganze Weile den Böker-Plus-Trainer benutzt, aber der löst sich jetzt auch schon allmählich auf. Und ich finde, das hier ist wirklich ein guter Übergang. So, kommen wir noch schnell zum Fazit und dafür sehen wir uns wieder drinnen. Bis gleich. Also, das hier ist wirklich ein Trainer, der auf mich maßgeschneidert ist. Es ist nicht zu klein und auch nicht zu groß. Und es ist nicht zu schwer und auch nicht zu leicht. Also, wirklich top-teil. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich überlegt, mal ein etwas teureres zu holen. So um die 100 Euro geht es da halt los. Also, macht man eigentlich nichts falsch damit. Die halten dann auch eine Ewigkeit. Und damit verabschiede ich mich dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh Mann, warum mache ich das? Wenn jemand eins dieser Schiffe hier möchte, kann er sich gerne bei mir melden.